Heya, ihr Steffnuppe! Willkommen zurück zu Galleon, zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zum nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal war Speknakolair, voll actionreich und voll spannend. Wir sind einfach um 2. und 3. Kristall gegangen und mussten eigentlich nur uns umdrehen dafür und haben wir aufgesammelt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, ja, ich weiß, dass das Spiel so kurz ist, aber es wird uns noch eine Weile so begleiten, in den nächsten zwei Folgen. Gut, ihr seht es alles an einem Tag, immerhin. Ja, das war der Vorteil. Äh, wir machen nämlich weiter mit dem nächsten Kristall, den wir sammeln, nämlich den hier. Ist hier sonst irgendwas zu finden, ehrlich gesagt? Das ist doch lächerlich, sonst... Ich kann... Was war das denn? Aber ich glaube, hier gibt es nichts anderes. Wir nehmen diesen Kristall auch noch an uns. Ja, vierter Kristall gefunden und damit fertig mit dieser Folge. Das war wieder voll actionreich, immerhin. Wir haben Flammen gesehen und Explosionen. Also, besser als die früherigen Folgen. Aber das war es trotzdem nur wieder. Ich hoffe trotzdem... Spaß, wenn man das so sagen kann. Vielleicht macht ihr... Vielleicht findet ihr lustig, was ich hier immer ständig mache. Meine Ahnung, abmoderieren für eine Minute, aber... Egal. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Denkt einen Kommentar an den Bewertungen und an die Glocke. Damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.